Die Trojahler finden ein großes, fölzernes Pferd vor den trojanischen Stadtmauern. Schau, Cassandra, was wir vor der Stadt gefunden haben. Von den Griechen ist nichts zu sehen, aber dafür haben wir dieses Pferd als Geschenk von ihnen und den Göttern bekommen. Tim, ich glaube nicht, dass die Griechen sich geschlagen geben nach zehn Jahren Krieg. Cassandra, jetzt grüble doch nicht vor dich hin, sondern freu dich, dass der Krieg vorbei ist. Ich meine nicht, dass mir der Krieg gefallen hat, aber ich würde nicht dieses Pferd in unsere Stadt bringen, denn es könnte eine Falle der Griechen sein. Ich glaube, man sollte das Pferd mit reinholen, denn meiner Meinung nach sind die Griechen auch nicht gerade scharf auf den Krieg, denn ich meine, das sind ja auch nur Menschen. Die Griechen stürmten tatsächlich aus dem Pferd, überfielen Troja und setzten alles in Flammen. Vielen Dank.